Und endlich Willkommen zum neuen Part Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Boss. Ich hoffe auch ihr freut drauf. Wow, hab ich lange kein Part gemacht. Sorry, was soll's. Ich hatte einfach keine Zeit irgendwie. Na gut, jetzt kommt mal wieder ein neuer Part. Und ich mach noch mal alles von vorne mit euch, ach egal, mit ihr bist du, man ist natürlich. So, diese Mission machen wir jetzt noch mal genauer, so ist gut, so. So wirst du gut, hinterher, ich versteh schon, das können wir ja schon wieder, ach egal. Hat einfach keine Zeit, ach, ich weiß auch nicht warum, ist einfach so passiert. Jetzt kommt aber wieder ein neuer Part. Und nur dies, wenn ihr denkt, ich werde irgendwie Let's Plays irgendwie abbrechen. Und was sagt, macht euch keine Sorgen, ich brech Let's Plays einfach ohne euch nicht ab. Ich sag immer dann Bescheid und sowas. Oder ich pasuriere es ganz kurz. Bei Harvest Moon, Sonnenscheinsel und bei Yookavats Kräftiertel war es mal eine Ausnahme. Aber so beliebte Videos wie hier Mario & Luigi werden auf jeden Fall immer kontaktiert, wenn man auch immer Bescheid gesagt hat, was mit dem Let's Plays immer so abgeht. Na gut. Spuren wir erstmal alles vor, hier genau bei Rio. So ist gut. Kennen wir auch schon alles, also sorry. Genau. Juhu. Du, du, du. Juhu. Danke, sehr, sehr, sehr gerne. Können wir schon. Alles gut. So. so wir müssen daraus richtigen aus draußen es gibt aber gut aber es hat so schwierig es ist ja machen wir alles gut ich weiß ja schon bescheid haben es mir auch angefangen aber ich habe da wie gesagt die motion abgebrochen und ich habe diesmal wie gesagt nicht wundern ich hätte diesmal echt tatsächlich wie man weiterkommt weil ich habe echt diesen dort gar nicht mehr was soll es also nicht wundern bei bio ich habe jetzt gefunden weil ich ihn mit den ländern doch schaut habe weil sie mit danach geschaut habe genau deswegen habe ich diese paar infos also nie wundern genau na gut nun was die marion genau es ist okay genau tausend dank ja sehr gerne also ich weiß bescheid ist meine leute sind die wundern alles genau ich weiß bescheid wie man jetzt den dort bekommen so ich weiß halt ich muss halt schon alle außer einer wo sich alle befinden aber den letzten da habe ich halt die gewohnt nicht trottel ein ist nicht schlimmer soll es sondern das genau genau ist vollkommen in ordnung gehen das jetzt nehmen wir diesen sprung die annehmen in das recht genau alles hier so genau sehr gut aber die musik ist auch recht gut in diesem game gut schokolade wenn das genau ja sehr gut bis jetzt okay ich habe ein toller vergessen sorry an toller habe ich der fall ist ja ich glaube ich habe die torte oder doch ja haben wir heute sind ja gut ja okay er hat das zu gut okay sehr gut der zugehört dann ist auch gut genau dann ist ja sehr gut ich bin ein bisschen ach gott ich war so schuld ach egal so einmal schauen wie gesagt auch ein bisschen wird weil ich nicht weiß was man machen muss dann kann ich auch nicht so gut kommentieren was soll das video dann weiß er nicht was man machen muss aber jetzt also ja auch spaß haben mit euch ok es gibt es jetzt noch alles gut hier voran genau genau schick schokolade so ist das hier vor der ganzen wie war mir schon ganz schlecht ja genau so ist ganz schlecht das recht aber wenn wir auch getracht von 8 von 5 8 von 3 tors ich hab grad nicht aufgepasst geaufpastet habe gerade aufgepasst was soll's wie gesagt manchmal bin ich ein bisschen trödelig und passen auf alle da so aufpassen ist hier mein gott ok was ja ok so in das genau gut ok und wenn das genau bei you ok schlecht auf keinen fall nicht vielleicht nicht schlecht so sehr gut genau das genau das war gut das war auf jeden fall krasser scheiß gar scheiß so sorry so ok müssen wir einfach nehmen ist hier genau nimm mal weg hier ja dankeschön haben wir den toll auch mal bekommen haben auch den top mal bekommen das freut mich auch sehr nimm mal weg bei dir auf jeden fall oder ohoh sorry ok ok nimm das geht mal bei you ja gut oder scheiß krasser da und mit aufpassen okay wir haben es bis jetzt okay gemacht habe es jetzt vollkommen genau bis jetzt also ja was halt verkackt sorry so eben noch mal den hier kloppen mit diesem hammer hat gereicht sehr gut aber jetzt ist das game eigentlich ein solange oder ich weiß gar nicht dieser spiel lang schreibst du gerne mal in kommentaren also ich habe glaube ich jetzt schon sechste ungefähr geschafft also das echt sehr schnell gewachsen ich aber auch echt toll sechste schon schafft kann man sagen okay aufpassen dass wir kriegen gleich und haben bekommen ja ja sehr gut wie gesagt das käme schon aber wir machen uns einfach nur gerne noch mal ganz gerne so nimm was genau nicht schlecht genau aufpassen die davon nicht okay sehr gut das war scheiß fällig auf wasser und wir müssen ihn kloppen ok das hier nehmen das was ich war auch auf diesen dummen kopers drauf haben sie jetzt schaden wir mal machen manche games und sachen manche dinge verstehe ich gar nicht in diesem ganzen mario luigi im mario luigi games ist auch egal ich verstehe es halt nicht so kann so einer sein hier fläche irgendwo hier ja und mir noch sorry genau das hat es so soll dies und genau da habe ich ja es kann man mal vergessen drei habe ich hier zu suchen ja alle papiere dort gerät der glücker scheiß wie sagt wir machen es noch mal alles komplett was ich so der letzten zwei pass aufgenommen habe also wie gesagt hat die von dann so ich verstehe gar nichts mehr ich verstehe ich weiß nichts mehr ja beenden sorry ja gut so was jetzt ich habe auch alles hier wie im ja genau ich weiß echt nicht was man machen muss schreibt gerne mal in kommentare was machen muss ich weiß nicht mehr weil ich machen muss vielleicht in die reine wo geht ich weiß nicht mehr ich muss halt da rein hier in diesen komisch laden hier eigentlich falsche bescheid was ich machen muss ich glaube die ansprechen doch ich muss die ansprechen ja keiner sein und nicht ja das kann sein das ist richtig wir müssen nämlich jetzt hier noch zehn direkt das ist nämlich doch das gemacht haben das war der wasserbewerber letzt mal vergessen haben die letzte die letzte sache dazu beenden ich weiß es komplett bei mario rein dann haben wir ja genau wie bb bb ja ein kunden von zehn stück jetzt freue ich mich aber nicht sagen und so weiter und so fort sie haben einfach eine punkt ist ja gut die konkurrenz hatte ja genau so ist gut heute werden auch nicht mehr schaffen eines diensten sachen auch nachzuholen alles mal ich denke mal nicht dass wir mehr schaffen aber das ist auch okay mal so ich wusste auch nicht dass man das zu machen sollte so hier sind noch drei zwei tods ein tod sorry mario hui bloß gut dass ihr mich gewonnen habt genau so ist es gut okay jetzt haben wir noch sieben sie finden sollten hier sind zwar ich weiß schon wie gesagt ein paar verstecke aber ich habe fast vergessen immer aber wir kriegen ihn hier sehr gut das haben auch schon gemacht aber ich mache es trotzdem mal und sage das gleiche nummer so wie gesagt altos noch mal finde noch mal noch mal noch mal noch mal auch den letzten hat man ja noch nicht außer die letzten die hatten wie gesagt noch nicht weil ich habe etwas falsch gemacht ich weiß warum aber ich war auch so müde an dem tag als ich das aufgenommen habe dann habe ich ja die auch gebast was ich gemacht habe also tut mir leid so genau also sorry was soll's moment mal marie oder mario sorry auf jeden fall vielen dank ja sehr nett sehr nett und vielen dank weil du mir so schön sachen sagst mag gerne mache ich sehr gerne ich mag gerne sehr gerne für euch sachen ich muss aufpassen dass ich nichts versehe hier weil ich will sich da mal gucken nach diesen tods man den nach dieser todsbande was sonst ich glaube es sind noch ein paar im haus drin genau ich kann mich da auch noch in erinnern ich kann mich da auch an erinnern dass sie noch ein paar am haus sind gewesen sind oder am haus gewesen sind so wie es noch drin gewesen sehr gut genau da ist auf keinen fall kann sehr gut 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 hier sind schon mal keine versteckten dort mit drin vielleicht hier noch drin irgendwo ja jetzt auf jeden fall noch wir sind auch drin glückwunsch sehr nett dankeschön ist noch drei stück okay noch drei stück ist noch zwei drin bestimmt genau wir haben uns hier sehr viel sachen gestellt ja das der letzte den warten den hatten wir noch nicht oh gott den war den war aber auch echt die blühe aus glaube ich hat mich einfach voll verarscht das war nämlich der tor den wir nicht gefunden haben im letzten part genau der hat uns nämlich den den gar ausgemacht den gar und deswegen haben auch nicht die mühsung geschafft weil ich den nicht wohnen aber mehr wir habe ich nie gefunden aber ich habe es jetzt gleich geschafft also okay so ist haben auch alle taus außer ein noch aber das ist ja wo hier der letzte tor ist auch hier ich weiß aber wo er ist genau ich weiß wo er ist am zaun genau am zaun sender mich dieser ja genau der war auch gemein ich weiß noch als ich mich da beschwert habe er war gemein jetzt habe ich wenigstens mal den fundieren den einfachen auch aber alles und ja das habe ich sehr ja guter scheiß ja sehr gut weiter geht's da geht's nicht speichern ja ich würde sagen das war es mit diesem vater das war wie gesagt die vervollstellung vom letzten part wer einfach jetzt alle tors hier ja wie gesagt eingesammelt bis zum nächsten mal war ein ganz komischer part aber ich bin zufrieden heute bis zum nächsten mal und tschau manchmal spreche ich auch ganz bescheuert und dann kann man mich nicht verstehen was ich sage ist manchmal jedenfalls ein schöner spaß ciao Vielen Dank.